Exklusiv Weltexklusiv Als erstes Kamerateam überhaupt begleitet Motorvision TV die schnellste Polizei der Welt. Die Special Cars Unit Dubai. Dienstbeginn für die mobile Streife im Chevrolet Camaro SS. 6,2 Liter. V8 Maschine. 426 PS. Vmax 250 abgeregelt. Zwei Tage lang unterwegs mit den Supersportwagen der Dubai Police. Motorvision TV zeigt die außergewöhnliche Reportage exklusiv bei Sky. Zwei Frauen teilen sich Streifenrenner Nummer 2. Einen Ferrari FF. 6,3 Liter. Zwölf Zylinder. 660 PS. Motorvision TV stellt das Auto und die Beamtinnen vor. In der Sendung Supercar Special. Am 9. August um 20.15 Uhr. Niemand vorher durfte die Arbeit der Dubai Police so hautnah miterleben. Dritter im Bunde der Supersport Streifenwagen ist ein Lamborghini Aventador. 6,5 Liter Hubraum. Zwölf Zylinder. 700 PS. Und in 2,9 Sekunden auf 100. Motorvision TV darf mit auf Streife. Und zeigt die Arbeit der Special Cars Unit Dubai in der Sendung Supercar Special. Aber Achtung, es wird noch verrückter. Die nächsten Superstreifenwagen stehen schon bereit. Bentley, Mercedes und Aston Martin. Rundin Q? Bром.